Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 15. Juli 2019. Es ist Montag und ihr hört die Geek Talk Daily 653. Die Themen, welche ich heute bereit für euch habe, sind Migros, Elon Musk, Klimakrise und 5 Milliarden. Wieso sage ich Migros? Migro. Es ist zu früh am Morgen. Ja, die Schweiz hat wieder mal gewählt oder es wurde bestimmen. Die 20 stärksten Consumer Brands in der Schweiz und da sind im Generellen gesehen auf Platz 1 die Migros, Platz 2 Lego und Platz 1 WhatsApp. Wenn man das Ganze ein bisschen auseinander nimmt auf das Alter zwischen 14 und 19 Jahren, kommt WhatsApp, YouTube, Wikipedia, Google und dann Migros. Bei den 30- und 54-Jährigen WhatsApp, Lego, Migros, Google, Wikipedia und bei den Silver Surfer 55-74-Jährigen Migros, Lego, Google, Ricola Toblerone und Victorinox. Wer noch mehr über die Studie wissen möchte und welche anderen Brands da noch mit drunter sind, lest euch den Bericht in den Show Notes nach. Da haben wir einen Link drin. Dann, wie immer, in unseren Dailies, irgendwo kommt er immer wieder hinterher vor. Elon Musk hat gerüffelt und zwar zwei Bürgermeister. Einmal den von Berlin und einmal den von Hamburg in Deutschland. Der Hochburg der deutschen Automobilindustrie, gut, die ist ein bisschen weit drunter. Auf jeden Fall hat er da, wie gesagt, persönlich angerufen und rüffelt da gelassen, weil anscheinend die Zeit zwischen dem Termin und dem Antrag zum Termin für Neuzulassung von Fahrzeugen viel zu lange Zeit vergeht. Im Schnitt 5,9 Tage. Es gab sogar Einzelfälle, da hat es sogar 15 Tage gedauert. So ein Ding würde mir auch auf den Wecker gehen, wenn ich dann doch so ein kostenintensives Auto mir hätte zugelegt und ganz schnell auf die Strasse möchte, logischerweise. Die Klimakrise. Nachdem man uns das Fleisch und alles andere schon madig gemacht hat, kommt jetzt das Nächste. Netflix, YouTube, Porno und andere Geschichten sind böse, denn knapp 60% laut einer Studie des Thinktanks The Shift Project sollen Online-Videos ausmachen. Im Ganzen gesehen von den Datenströmen, die so über die Welt gezogen werden und die verursachen ca. 300 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das sagen eben die Studienautoren. Das ist 1% des globalen Emissions von CO2 und trifft auf 34% von Video Demand. Also eben Netflix, was gibt es da, Amazon und all die ganzen Streaming-Geschichten logischerweise. An zweiter Stelle kommt Pornografie 27%, dann kommt YouTube mit 21% und ja, nochmals 21% kommen von Social-Media-Netzwerken. Ja, ein bisschen was müssen wir auf jeden Fall tun, aber hier muss man vielleicht auch bedenken, dass einige dieser Farmen auch auf nicht unbedingt, also auf einen erneuerbaren Energien laufen. Zum Beispiel, wenn man in Richtung Apple schaut, der kommende Streaming-Dienst wird sicherlich emissionsfrei sein, was das anbelangt. Zu guter Letzt gibt es noch eine schöne Zahl, 5 Milliarden. Das darf Google jetzt bezahlen. Zumindest soll das FTC, die Federal Trade Commission in Amerika, auf so viel sollen sie die Strafe definiert haben, welche Google zu bezahlen hat, zu der Geschichte rund um Cambridge Analytica. Ja, dem Datenskandal, der jetzt doch schon ein Jahr her ist. So lange hat es gebraucht. Und ja, 5 Milliarden ist auf jeden Fall kein kleiner Batten-Geld. Weder die FTC noch Facebook hat sich bis jetzt zu Wort gemeldet. Wir dürfen gespannt sein, was daraus wird und vor allem auch, was dann Europa noch dazu sagt und veranschlagt. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für den Montag, den Start in die Woche für euch hatte. Ich hoffe, ihr werdet mich die Woche begleiten. Eventuell wird mich der Achim die Woche an einem oder anderen Tag ablösen, denn für mich heisst es am Mittwoch umziehen. Persönlich, aber auch mit dem Büro und somit ein bisschen was zu tun. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Genau, in die neue Woche. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.